Meine Damen und Herren, kommen wir zur Highlight-Nummer. Der gläserne Sarg, oder wie ich sage, der Soufflaki-Trick. Denn ich werde dich jetzt in diesem Sarg aufspießen. Wenn's schlecht läuft, gibt's Pensionsansprüche von der ARD. Okay, ist es zu? Oh, so emotional. Okay, die Schwerte. Den Trick wollte die Ursprung nicht mit Tine Mittler machen. Aber sie hat abgesagt. Entschuldigung. Okay, es kann nur einen geben. Jetzt wird's kriminell, meine Damen und Herren. Der letzte Start. Ha! Ha! Okay. Okay. Jetzt werde ich Magisches machen, meine Damen und Herren Halten Sie sich fest Jetzt werde ich Magisches machen, meine Herren Ich werde ich Magisches machen, meine Herren Und Oliver Pucher mit einer Illusion von Wonderworld Tonight 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 Oh my...